So Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Nun sind wir hier und wollen den Aufzug hochkrabbeln, um endlich aus diesem Gebäude zu entkommen. Bin schon total gespannt drauf, was uns da oben erwartet. Hallo. Mal sehen, wo wir landen. Genau. Wo werden wir wohl landen? Im Aufzug, Junge. Sicherheitshalber. Das sieht nach Durchgang aus. Ne. Das wird ganz schön eng, aber... Na komm. Okay. Ich will es da lang nicht zurück. Au. Top, die werde Geld. Jetzt schmeißen wir wieder das Mädel da hoch. Party-Stimmung. Abgeschmiert. Noch. Alles okay? Nein! Du hast mich zu tun erschreckt! Ja, okay. So, nun... Jetzt sind wir hier unten. Nein! Bleib auf! Ganz allein. Ich komme auch zu dir! Ja, blöd deinem Weißen! Ich versuch's. Und laufen jetzt mal ganz trocken. Durch den Keller. Stockfinster. Wohin jetzt? Na, die Taschnocke ist schon an, Junge. Strom. Immer schlecht. Wasser und Strom. Eine hässliche Mischung. Okay, da ist die Lüftung mal runtergekommen. Alter, das Geräusche. Das sieht gut aus. Ich glaube, da hinten war ich noch nicht. Notausgang. Immer gut. Fire Exit. Alter, erschreckt mich nicht so. Kreisdrücken zum Tauchen. Und X zum Auftauchen. Cool. Scheiße. Alter. Alter. Alter, scheiße. Alter, fuck. Yes. Alter, fuck. Was ist irgendwie das Tor umgehen? You're going down. Okay. 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 Okay, das soll wahrscheinlich da mal ein Hinweis sein. Verstehe ich den Hinweis irgendwie nicht so, weil hier geht es nicht nach unten. Nein, hier geht es auch nicht nach unten. Hallo? Wir laufen halt auch mal hier rum. Wir können sogar rennen. Was haben wir hier? Also, Shutgun. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Oder Leute? Wenn man so ganz viele Sachen findet, das ist immer schlecht. So, jetzt sind wir wieder hier. Wir dürfen versuchen vielleicht mit dem Messer irgendwas da aufgebrochen bekommen oder so. Was anders denn? Fällt mir auch nichts ein, wie ich da jetzt... Ja. Schön und gut, Leute. Wo soll ich hier runter? Ich kann hier nirgendwo runter. Das ist so eine komische Sache, die ich jetzt wieder nicht so genau verstehe. Ah, okay, jetzt wird wahrscheinlich weiter getaucht. Deshalb. Es ist wahrscheinlich weiter runter. Ich muss unten drunter durch. So aussieht. Okay, gehen wir da rein. Ah, ja. Ah, ja. Das sieht jetzt doch schon viel besser aus. Verdammte Sporen. Scheiße Sporen. Verdammte Kacke. Taschland bleibt du hier an. Komm ich da nicht hoch? Verdammte. Komm ich da nicht hoch? Verdammte. Oh Mist. Alter Scheiße. Es ist immer schlecht, wenn Ratten von irgendwo fliehen. Es ist immer scheiße. Aber dann erwartet uns eine riesige Gefahr vermutlich. Und vor allem, wenn man vorher so viel einsammeln kann. Flaschen sind voll. Schön und gut. Fragt sich natürlich nur was für eine Gefahr. Fragt sich natürlich nur was für eine Gefahr. Die können jetzt blöderweise nicht hoch. Ist ganz scheiße so was. Hier können wir vielleicht hoch. Okay. Achtung. Frisch geputzt. Nö. Da geh ich nicht lang. Nö. Heute nicht. Nein. Ich nicht. Ein paar Kopfweh Tabletten. Das Geräusche, Mann. Ohne Scheiß. Lasst mich doch bitte allemal in Ruhe. Nur mal. Schuss. Ist voll, einfach. Das umsingt da mal irgendwie... Munitionskapazität erhöhen. Was ist da unten? Egal, schauen wir erstmal was da hinten so ist. Oh mein Gott. Alter. Wow, das ist ja noch einer. Ohne Scheiß, die Pflanzen werden ja immer krasser. Die sehen immer widerlicher aus. Und da oben sind die Ratten runtergerannt. Eigentlich sollte man die entgegengesetzte Richtung gehen. Doch wir sind natürlich so cool und laufen in die gleiche. Aus der sie gekommen sind. Ja. Mir ging das nochmal? Ah. Dreieck. Wow. Scheiße, 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 scheiße. Fuck. Alter. Alter. Scheiße, Mann. Wow. Oh. Der spring jetzt wieder rum. Pfeige Frosch. Wuh. Scheiße, Alter. Alter. Ich bin ja auch mal ganz fies mutiert. Ich bin ja auch mal ganz fies mutiert. Wir haben als keinen Blumenstock aufm Kopf. Ich bin ja auch mal ganz fies mutiert. Okay, ich bin ja auch mal ganz fies mutiert. Okay, jetzt mal einfach mal ganz fies mutiert. Wie stets? Was ist das? Waaaaal. Wie stets? Waaaar. Ssss. 시o. Waaaar. Waaaar. Wo kommt der her? Du Scheiße. Weit komm schon. So. Oh, so. Das ist doch alles. Lass mich doch mal in Ruhe. Verdammte Scheiße, verdammte Scheiße, verdammte Scheiße, verdammte Scheiße. Es gibt halt einfach so Dinge, die soll man nicht machen. Zum Beispiel Strom anschalten oder so. Oh, yeah. Oh, yeah. Komm, lass uns das herstellen. Oh, scheiße, man. Ja, es verfallt. Oh, fucking shit, Alter. Oh, mein Gott. Das war bestimmt nur die erste Welle gerade. Bleib ja an. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Schlüsselkarte benötigt. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Schlüsselkarte. Wo liegt normalerweise eine Schlüsselkarte? Oder halt im Büro? Oder halt bei einem Typ? Ich meine, da waren ja so zwei Tote. Vielleicht hat einer von denen die Schlüsselkarte. das können wir mal ganz einfach nachschauen. Oh, scheiße. Lebst du noch? Lebst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Oh, scheiße. Du hast Sicherheitsraum. Sicherheitsraum und Schlüsselkarte ist immer eine gute Kombination. Ah, Schlüsselkarte. Huh! Alter, scheiße, man. So, schnell weg hier. Schnell, schnell, Flucht. Was war das gerade? Da ist der Munition Schraubwinde. Da war doch gerade eben ein hässliches Geräusch, oder? Oh, scheiße. Geschafft. Schnell weg. Alter Scheiße. Alles raus geschafft. Und weiter geht's in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein.